DeCratis ist ein Produzenten-Duo aus Göttingen, bestehend aus David Kraft und dem Wilke. Beide produzieren seit Jahren Musik und boten ihre Produktionen zunächst über diverse Plattformen im Internet an. Nach Zusammenarbeit mit Credibil und Alias folgte 2017 der Durchbruch mit der Single Was Du Lieben Nennst des Reapers Boussa, die von DeCratis in Kooperation mit Jugglers produziert wurde. Zwischen Februar und Oktober 2018 kannten sie sich neunmal an der Spitze der deutschen sowie der österreichischen Single Charts.